Musik Hallöche Puppüchen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 3 Ja, ich begebe mich jetzt in die letzte Aufnahme für heute Ich muss aufpassen, hier sind Raider in der Nähe Okay, ich muss das Tor öffnen Wie die immer so stöhnt, wenn sie sterben So, ich bin versteckt Ich sehe gerade keinen weiteren Ne, hier ist auch kein weiterer Raider Das machen wir wieder dicht Whisky nehmen wir mit Whisky Cherry Bomb Bier nehmen wir auch mit Das können wir auch trinken Grocknack der Baba Grocknack der Baba Jetzt müssen wir uns immer sofort durchlesen What the fuck Der hängt da mal schön Nein Nein Tod war er Warte, der hat so eine mit Meine ist kaputt Gehen wir meine ab Toll, ein Schuss Dann Waffen Nehmen wir die 32er Ist leer Holzhammer Na super Kiste, was haben wir da? Bier und Scotch Super Okay, dann gehen wir jetzt hier hinten weiter Warte, da hängt noch einer Was machen die denn hier? Ich greife dir dein verdammtes Herz raus Boah, ficken alter Boah, alter Du Nudel Was? Ich muss vorsichtig sein, noch steht hier vorsicht Ich muss vorsichtig sein, noch steht hier vorsicht Zeichwort nachgelassen So, wir machen es jetzt ein bisschen anders Nehmen wir die Ja, die ist nicht in gutem Zustand, aber ich mache jetzt auch mit der hier weiter Weil Momentan ist mit der einfacher So, Whisky nehmen wir mit Cherry Bomb auch Da hinten lag ein Grocknack der Barbar Pfeile nehmen wir auch mit Hilfe Grocknack der Barbar Na, Kampf um 2 erhöht AP brauche ich nicht So Meine Fresse Mann, leck mich Jetzt habe ich meine ganze Munition verballert, alter Die Pistole ist auch beinahe im Arsch Oh, da ist meine Munitionskiste Sturmgewehr kann ich liegen lassen Bionskatsch Ich habe jetzt Angst, dass hier gleich noch einer kommt Ey Jetzt behalte ich erst mal die Waffe in der Hand Kampfflinte Ah, schon beinahe im Arsch Wundert mich, dass die noch gehalten hat Haben wir Stim Packs Hilfe Stim Packs Was Stim Packs einnehmen Da hoch muss ich Ach du Scheiße Ich glaube die waren unten Hier unten Hier oben haben sie Barrikaden errichtet Ja, super Perfetto Raus endlich Revex hat nachgelassen Scheiße Woher Oh, verdammt Oh, verdammt Ui, 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 ui Nur ein Nagelbrett Shit Da hinten Ach du Kacke Da hinten her Ist mal eine andere Waffe wieder hier So So Wollen wir uns nicht um diese Viecher kümmern Die sich auch hier befinden Splittergranate Haha Zack Oh, verdammt Alter Oh, kopf ab Was machen die hier? Kannst nicht fassen Ey, die sind auch überall So, die Terminals Nicht hackbar Nicht hackbar Alle nicht hackbar Scheiße Muss ich ihn hin Stuff Boy Nice Was? Okay Hilfe Achso Das war die Tarnkappe da Okay Dann wollen wir mal nach oben Ich nehme einmal nachladen Nehmen wir doch mit Halls of today Alles eingestürzt Museumsinformation Könnten wir gut gebrauchen Ausstellungsführer Ausstellungsstücke Pause Durchführen Robotic Robotic Pause 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 Administration Okay Zurück Sonderfahren Okay Das sind Wie gesagt Nur Ach Nur Daten Darüber Das war Das war ein Vault Scheiße Scheiße Das hier war ein Das hier war ein ganzer Vault Das konnte vor den Supermutanten nicht geheim gehalten werden Boah Beim sauber machen Ey Oder sollte das nur den Vault darstellen Das sollte nur den Vault darstellen So Superb Gesundheit Ich bin Habe ich Stimpaks Sauber Ja Gehe ich es ein bisschen ein Das ist AP Fangen wir Maddox rein Fangen wir das rein Nehmen wir mal eine andere Waffe Jagdflinte 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 Oh verdammt Oh verdammt Oh verdammt Ne 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 Luftgewehr Splitter Äh Abgelegte Schrotflinte Abgelegte Schrotflinte Schnell nachladen Schnell nachladen So Geht dat Das ist ja was Was wir dafür jetzt gerade ganz viel Muni kriegen Nehme ich die mal Jetzt gehen wir mal kurz hier runter Gucken was wir hier haben Eine Rakete Cool Was haben wir hier hinten Nichts Hier stehen Whiskeyflaschen Man ey wir müssen uns sicherlich wenn wir in der Klinik sind mal heilen Wenn wir wieder in ähm Meteora Meteora sind Nehmen scheiße Geht 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 jetzt kommt oh hier ist es hier ist es oh man ich habe ein problem ich habe ein problem waffen das ist doch nicht wahr jetzt habe ich dafür keine muni mehr jetzt nehme ich die erstmal hier habt ihr bitte mal von euch ein stim pack mit alter hilfe stoff boy toll kaffee bringt mir nichts der ist leer super man ich kann jetzt aber nicht pause machen weil ich noch nicht gespeichert habe kann speichern so kann ich eigentlich in der sterben wir jetzt noch einmal oder wir schaffen es jetzt oder finden wir nicht nicht planetarium cool ne ne jetzt sterbe ich spagat ach wie kann ich denn sprinten optionen steuerung mausbelegung ich will doch nur sprinten springen warten wort schnell speichern ist f5 greifen y springen automatisch immer laufen man angreifen gut gut meine lieben die le das ist das und